Guten Morgen auch von mir. Ich bin der Dejan und ich glaube, das ist mein drittes Mal bei euch. Gestern bin ich aus Amerika angeflogen, ein bisschen jetlagged, Heimatdienst gemacht. Ich bin ein Missionar in Deutschland und habe dort zwölf Predigten in 20 Tagen gehalten. Alles auf Englisch. Also mein Kopf ist noch immer in der englischen Welt. Ich spreche Deutsch zum ersten Mal nach drei Wochen. Es war witzig, ich bin da am Freitag vor drei Wochen angekommen und am Sonntag ging ich in eine kleine Dorfgemeinde irgendwo im Dorf. Und ich kenne den Pastor schon jahrelang und er umarmt mich, sagt, komm, komm. Und der zweite Satz war, hab keine Angst, wir sind bis zu den Zähnen bewaffnet. In dieser Gemeinde. Ich glaube, jeder zweite hatte irgendeine Waffe an sich. Aber hab keine Angst, nichts wird dir passieren. Genau. Und so als Missionar sucht man sich die Gemeinden nicht aus. Wer dich unterstützen will, da gehst du auch hin. Und ich sammle so Erfahrungen von ganz, ganz pfingstlich, charismatisch bis super konservativ. Alles dazwischen. Da muss man sich wohlfühlen und sich auch schnell anpassen. Aber das Thema heute hat mit dieser Angst zu tun. Ich dachte, meine amerikanischen Geschwister sollten mal hören, dass sie bei Gott nicht so viel Angst haben müssen. Und das war so mein Thema, mein Herzthema. Aber es ist auch ein Thema hier in Deutschland. Und ich glaube, dass die Zeiten nicht besser werden in der Zukunft. Das ist nur meine Meinung. Das ist nicht biblisch. Aber ich glaube, schwere Zeiten kommen auf uns. Und wir brauchen umso mehr Zuflucht bei Gott. Deshalb ist dieses Thema heute Morgen an meinem Herzen. Ich will euch kurz eine Geschichte erzählen. Als ich meinem vierjährigen Sohn damals beibringen wollte, ins Wasser zu springen, vom Schwimmbecken, hatte er super viel Angst. Seine Knie zitterten. Ich kann nicht, ich kann nicht. Komm, komm. Und ich bin unten im Schwimmbad und ich ermutige meinen Sohn, reinzuspringen. Und er zittert und so eine kleine Träne rollt seine Backe hinunter. Und er sagt, ich kann nicht, Papa, es ist so hoch. Ich habe so viel Angst. Und ich denke mir, komm mal, du bist so ein Angsthase. Das hast du nicht von mir geerbt. Spring rein. Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es mir gedacht. Aber aus mir kommt heraus dieser geniale Satz. Und ich sage, Thomas, du springst nicht ins Wasser, sondern in meine Arme. Und ohne den Blickkontakt zu brechen, springt er in die Arme, springt er ins Schwimmbad. Ohne Angst zu haben, weil der Fokus lag, er springt in meine Arme und nicht ins schreckliche Wasser. Und jetzt ist die Frage, war Thomas mutig in dieser Situation? Einige würden sagen, ja, natürlich, für vierjährigen, zwei Zentimeter ist wirklich hoch. Aber für mich ist das doch kein Ding. Also Angst ist so eine relative Sache. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer kommt euch vor im Gedächtnis, ein sehr mutiger Mensch gewesen zu sein? Irgendwie irgendjemand. Kann die Oma sein? Mir fällt zum Beispiel ein Nichtchrist an, ein Mahatma Gandhi. Weil er war berühmt oder bekannt, dass er sehr viel Angst hatte. Also er war ein sehr schüchterner, kleiner Mann. Aber trotz seiner Angst hat er die Stirn einem Weltreich geboten und gewonnen nach vielen Jahren. Also ein echt mutiger Mensch. Oder kennt ihr den Tankman? Habt ihr mal Tankman gehört? Der Panzermann? Das ist so ein berühmtes Bild aus den 80er Jahren. Und da ist so eine Kolonne von Panzern, die die Straße runterrollt. Und da steht ein Mann mit so zwei Einkaufstüten in seiner Hand vor diesen Panzern und hält sie auf. Und die wollen dann um ihn herumgehen und dann weicht er ihnen aus und versucht sie mit seinem eigenen Körper. Und er schafft das. Total mutig steht er vor einer ganzen Kolonne von Panzern. Oder aus der Bibel. David natürlich. Das ist doch so ein berühmter. Die sagen alle, David, David, der ist so groß, den kannst du nicht besiegen. Da sagt David, der ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. Also wirklich mutige Menschen. Die ganze Bibel ist voller mutiger Menschen. Und ich denke mir, Mensch, wenn ich mich mit denen vergleiche, puh, ich bin sicherlich ein Angsthase. Ich habe nicht so viel Mut wie diese mutigen Menschen. Und wie kann ich mutiger werden? Wie kann ich, oder besser gesagt, inmitten meiner Angst, wie kann ich mutig sein? Weil die Angst ist menschlich. Wir werden immer Angst spüren. Das ist eine ganz normale Emotion. Und besonders, du hast es heute gut erwähnt, Kriege, Seuchen, China. Ich habe gegoogelt in Amerika, die Nummer eins Angst, das Ängstlichste für die Amis ist, werde ich genug Geld haben in der Rente? Das hat mich gewundert. Ich dachte, Tod. Aber nein, Rente. Habe ich genug Geld? Also es gibt viele gute Gründe, Angst zu spüren. Aber jetzt, wenn man sich geschichtlich Sachen anschaut und sagt, ja, vor 500, 600 Jahren war die Welt viel gefährlicher als heute. Der Sozialanthropologe Steven Pinkert erforscht, dass, wenn du im Jahr 1400 leben würdest, wäre die Wahrscheinlichkeit hundertmal größer, dass dich jemand ermorden würde. Also Mord, Totschlag, irgendwas. Hundertmal mehr. Vor 600 Jahren. Heute gibt es keinen Säbelzahntiger mehr. Der Braunbär wurde vor 150 Jahren ausgerottet, sagt Google. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Also wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir leben in einer der sichersten Zeiten der Welt. Wir haben mehr Geld im Geldbeutel als 80 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. Also wir leben in einem wirklich guten Umständen, schon jahrzehntelang. Aber trotzdem spüren wir Angst. Und solche Sätze wie, hey, deiner Oma ging es schlimmer als dir. Oder den Flüchtlingen geht es schlimmer als dir. Oder es gibt da irgendein Land, wo die Christen verfolgt werden. Dann reiß dich zusammen, hab doch keine Angst. Denen geht es viel schlimmer als dir. Und ich weiß nicht, ob es euch so ähnlich geht wie mir. Aber solche Sprüche bringen mir gar nichts. Ja, okay, dann ist es halt wohl schlimmer. Aber mir geht es auch nicht so gut. Dieser Komparativ hilft sehr, sehr wenig eigentlich. Und die Frage, die ich heute mit euch in der Bibel mir anschauen will, ist, wie überwindet man diese Angst? Wie kann man in diesen furchterregenden Situationen wirklich Gott vertrauen, Zuversicht haben, sich sicher fühlen, irgendwie mutig und geborgen sich fühlen? Wie schaffe ich das? Und ich wollte nur ganz kurz mal gucken, was es so außerhalb der Bibel gibt. Und dann googelt man so Angst, Überwindung oder irgendwie sowas. Und dann habe ich dieses Buch gefunden und die Einleitung steht, Also geh mutig ans Werk, denn den Mutigen gehört die Welt. Die Möglichkeiten, sich selbst herauszufordern, zu wachsen und selbstbewusster zu werden sind und begrenzt. Das Einzige, was du brauchst, ist dein Wille. Und um so richtig durchzustarten, kauf mein Buch. Alles, was du brauchst, wirst du da finden. Affirmationsübungen, wo man sich lebensbejahende Sätze deklariert. Nur Gutes erwartet mich. Ich bin gut. Ich kann das. Ich schaffe das. Und so weiter. Also das kann man sich sagen. Oder es gibt diese Angstübung, wenn du Angst vor Spinnen hast, legt man Spinnen in deine Hand. Oder auf dein Gesicht oder sowas. Und dann auf einmal hast du jetzt keine Angst mehr vor Spinnen. Die Spinnen. Aber was sagt die Bibel zu diesem ganzen Thema? Weil in diesen Affirmationsübungen, alles, was du siehst, wirst du das Wort ich sehr, sehr oft sehen. Ich kann es. Ich werde es. Ich habe die Kontrolle. Ich habe die Stärke, die Kraft und so weiter. Das ist ganz typisch. Die Welt sagt, du kannst. Die Bibel sagt, du kannst nicht. Aber ich kann. Und ich habe es auch für dich getan. Amen. Und das Beste, mein Pastor, mein damaliger Pastor hat gesagt, wenn ich auf einer verlassenen Insel wäre und nur ein Buch aus der Bibel in meine Richtung schwimmen könnte, dann wäre es Genesis. Erster Mose. Nicht Johannes, nicht Lukas, aber mein Pastor liebte Erster Mose. Das war sein Lieblingsbuch in der Bibel. Er sagt, alles fängt da an und alles kann man da finden, was sich dann später entwickelt, weiterentwickelt. Und ich will euch fragen, wo kommt das Wort Angst zum ersten Mal vor in der Bibel? Irgendwo muss es doch anfangen, ja. Es gab einmal eine Zeit, wo es dieses Wort nicht gab. Und dann kommt es vor. Zum ersten Mal auf der dritten Seite in der Bibel. So früh kommt Angst schon vor. Also es gibt viele Wörter, aber dieses Wort kommt ganz, ganz früh vor. Erinnert ihr euch, was passiert ist? Gott schöpft die Welt, macht Adam und Eva. Alles ist gut, alles ist super. Die haben eine tolle Beziehung zueinander. Gott sagt, ihr dürft alles machen. Alles, absolut alles. Nur nicht diese eine Sache. Bitte nicht diesen Baum anfassen. Ist das okay? Wir können alles andere haben. Und was sagt Adam und Eva? Nee. Nee. Wir wollen diesen Baum anfassen. Wir wollen genau das tun, was du uns gesagt hast, das wir nicht tun dürfen. Weil wir Gott sein wollen. Die Ursprungssünde der Menschheit ist, ich will Gott sein. Ihr könnt, fragt mal nach. Alles andere ist untergeordnet in dieser einen fundamentalen Sünde. Ich will auf dem Thron sitzen. Und soweit ich Gott kenne, teilt er seinen Thron mit niemandem. Oder? Gott sagt nicht, okay, hier ist noch ein bisschen Platz. Komm, setz dich. So eine Hälfte. Na, das geht so nicht, ja. Gott teilt sein Thron mit niemandem. Und Adam und Eva, die wollten einfach Gott werden. Sagen, nein, ich will die Kontrolle behalten. Und jetzt lese ich, was hier passiert. Plötzlich nach dieser Sünde gingen beiden die Augen auf. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flackerten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus ein Kleid. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Und jetzt kommt das Wort zum ersten Mal. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Was für ein guter Plan. Gott. Aber Gott, der Herr, rief nach den Menschen. Ich liebe es, wie die Bibel wirklich den Menschen versteht. So wirklich tief. Psychologen brauchen hunderte von Jahren, ein Prozent zu verstehen. Und in der Bibel ist alles so deutlich. Gott, der Herr, rief nach den Menschen und sprach zu ihm. Und jetzt ist die traurigste Frage in der ganzen Bibel. Wo bist du? Manche Übersetzungen sagen Adam, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was für ein trauriger Satz, oder? Und ich frage mich, wieso hat Gott diese Frage gestellt? Weiß er nicht, wo Adam ist? Muss er jetzt wirklich hinterm Baum gucken? Adam, wo bist du? Ich, der Schöpfer des Alls, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, muss nachfragen, wo bist denn du? Also ich glaube nicht, dass Gott jetzt hier Informationen braucht, oder? Also ich glaube, dass es hier um eine Frage geht, wo er will, dass Adam sich selbst diese Frage stellt. Wo Adam sagt, ja, wo bin ich denn? Ich verstecke mich hier hinter einem Baum. Ich bin nackt. Eine Selbstanalyse, ja, was mache ich denn hier? Es war doch so gut, fünf Minuten davor war alles super. Und jetzt verstecke ich mich hier hinter diesem Baum nackt. Es ist eine schlechte Situation, in der ich mich hier befinde, oder? Und dann antwortet Adam auf diese Frage, wo bist du? Hier kommt ja die Antwort. Ich hörte deine Schritte im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wieso hat Adam Distanz von Gott gesucht? Wegen seiner Ontologie, wegen seinem Wesen, das gefallen ist. Sein Wesen als Mensch ist nicht mehr heilig. Und nur das Heilige kann in die Gegenwart Gottes kommen. Also Adam aus Angst vor, was er ist, was er geworden ist. Ein sündhafter Mensch, ein gebrochener Mensch, ein gefallener Mensch. Ontologische Verfallenheit nennen das die Theologen. Also ein Status, wo der Mensch komplett tot ist. Er ist tot. Er hat keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und deshalb versteckt er sich. Er fühlt sich nackt und er sucht Distanz von Gott. Distanz von Gott ist ein Ausdruck der Angst. Und umgekehrt, Angst wird ausgedrückt, indem wir uns von Gott distanzieren wollen. Also das ist meine Hypothese. Die werden wir gleich prüfen in der Bibel. Aber meine Hypothese ist, ein Ausdruck unserer Angst ist Distanz von Gott. Und dann denke ich mir, wenn das der Ausdruck von Angst ist, dann könnte es auch vielleicht wahr sein, dass je näher ich zu Gott komme oder je näher ich bei Gott bin, desto weniger Angst habe ich. Meine Angst schmilzt weg, indem ich die Nähe zu Gott suche. Wir schauen mal, was die Bibel dazu sagt. Je näher bei Gott, desto weniger Angst. Ich habe mal nachgeguckt im Alten Testament, wie oft dieser Satz vorkommt. Hab keine Angst, Korma, denn ich bin bei dir. 456 Mal. Was sagt dir das über den Menschen? Gott sagt ständig, ich gebe euch nur ein Beispiel, ich hätte buchstäblich in 20 Minuten ausschreiben können. Also so viele gibt es. Genesis 26, 24 spricht Gott zu Jakob und er sagt, hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich segnen. Ich bin bei dir und werde dich segnen. Also diese zwei kommen immer zusammen. Hab keine Angst, weil ich bin bei dir. Das ist der Grund, die Begründung, wieso wir keine Angst haben sollen. Aber wir haben sie trotzdem. Und Gott muss den Menschen immer wieder erinnern, ich bin bei dir, hab keine Angst. Also wir könnten uns jetzt hier super viele Stellen anschauen im Alten Testament, aber ich greife zu diesen neutestamentlichen Stellen. Matthäus und Markus. Wenn ihr eure Bibel habt und nachschlagen wollt, ist Markus 4, 35 bis 41. Beide Geschichten sind ähnlich. Beide haben etwas mit Wasser zu tun, mit Schiffen und Wind und Wellen. Beide Geschichten. Die sind aber ein bisschen anders. In der ersten Geschichte, den Titel habe ich mir selber ausgesucht, kannst du einem schlafenden Jesus vertrauen? Das ist der Titel dieses Textes. Kannst du einem schlafenden Jesus vertrauen? Und ich lese jetzt. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Sofort hier ist ein Tipp für diejenigen, die wirklich sich den Text nahe anschauen wollen. Woher kommt die Idee, überhaupt ins Schiff reinzusteigen? Von Jesus. Seine Idee. Er hat gesagt, Leute, wir fahren jetzt auf die andere Seite des Sees. Das ist schon sofort ein Zeichen, dass man ankommen wird. Wenn Jesus sagt, hey, wir fahren jetzt mal zur anderen Seite des Sees, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da ankommst? Sehr, sehr, sehr hoch. Also die Idee kommt von Jesus. Wenn es meine Idee wäre, renn weg, so schnell du kannst. Dreh dich nicht um. Weil wenn ich das sage, dann werden wir wahrscheinlich nicht ankommen. Aber Jesus sagt es. Und er sagt, wir werden jetzt zur anderen Seite fahren. Wir werden zur anderen Seite fahren. Wer ist im Boot? Jesus ist im Boot. Also seine Idee und er ist im Boot. So, jetzt entließ Jesus die Menge. Sie steigen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser war. Ich liebe diesen Vers. Währenddessen schlief Jesus im Boot mit seinem Kopf auf einem Kissen. Also es sind so viele Details, oder? Ich bin ein neugieriger Typ und ich habe mich immer gefragt, hatten die Leute vor 2000 Jahren ein Kissen? Ich bin ziemlich picky mit meinem Kissen. Er muss mir so hart sein, ein bisschen hoch und so weiter. Ich brauche einen guten Kissen. Und Jesus hatte auch einen Kissen. Ich finde das sehr interessant, dass er auch bequem schlafen wollte. Und jetzt schläft er in diesem Boot und das Wasser kommt hinein und in ihrer Verzweiflung weckten sie ihn und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht, dass wir umkommen. Was ist denn mit dir los? Schau mal, das Boot ist fast untergegangen. Wach auf, kümmert dich das denn gar nicht. hat jemand von euch jemals Jesus diese Frage gestellt? Wenn ihr älter als fünf seid, kann ich mir das gut vorstellen, dass jeder das mal gefragt hat. Hey, schau dir mein Leben an. Was ist denn mit dir los? Wieso kümmert dich das nicht? Also ich habe diese Frage gestellt. Vielleicht bin ich nicht so geistlich wie ihr. Aber ich kämpfe oft mit Gott. Wieso ist das so? Wieso ist es nicht anders? Ich denke, es sollte anders sein. Kümmert dich das denn gar nicht? Wenn diese Menschen zu mir kommen und sagen, die wollen an dich glauben, aber du gibst ihnen den Glauben dafür nicht. Die wollen das doch. Das ist eine herausfordernde Theologie. So Gott, der Typ will dich kennenlernen, hat er mir gerade gesagt. Wieso gibst du ihm den Glauben nicht, ein Kind Gottes zu werden? Ich verstehe dich nicht. Was ist hier los? Und so weiter und so fort. Wieso kann meine Frau keine Kinder bekommen? Was ist hier los? Kümmert dich das denn gar nicht? Wir beten ja. Zehn Jahre lang haben wir gebetet. Hörst du denn unsere Gebete nicht? Und so weiter und so fort. Ja. Aber Jesus ist im Boot und er hat uns versprochen, dass wir zur anderen Seite kommen. Wenn Jesus wirklich im Boot ist, dann müssen wir nicht so schreien wie die Jünger und sagen, ja was? Ah! Wir werden ertrinken hier. Und Jesus guckt sie an und sagt, schweig, sei still. Sehr, sehr kurz hätte eine lange Sache sagen können, aber nein. Einmal nur schweig, sei still. Drei Worte. Und der Sturm legt sich und es herrscht tiefe Stille und Jesus guckt sie an und sagt, warum habt ihr solche Angst? Fragezeichen. Warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch im Boot. Ich habe euch doch gesagt, dass wir auf die andere Seite kommen. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voller Furcht ist jetzt ein anderes Wort. Angst, das Wort Angst hier ist das griechische Wort Phobie, eine Phobie haben, Arachnophobie und so weiter. Und das ist jetzt eine andere Art von Angst oder Furcht. Es ist Gottesfurcht. Voller Gottesfurcht sagten sie, wer ist denn dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und das ist hier noch so eine kleine Sache. Oft ist auch diese Angst damit verbunden, dass wir Gott nicht kennen. Weil oft muss Gott sich rechtfertigen und sagen, hey Leute, ich bin der Gott eurer Väter, der euch das und das und das und das für euch gemacht hat. Habt keine Angst. Oft muss er uns erinnern, wer er überhaupt ist. Und diese Jünger, die schauen sich Jesus an und sagen, wer ist denn dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die haben vergessen oder die wissen noch gar nicht, wer er ist. Deshalb würde ich euch nur ermutigen. Es ist nicht nur Intimität zu Gott, sondern auch wissen, wer ist denn dieser Gott, mit dem ich Intimität suche? Hat er die Kontrolle über mein Leben? Kümmert er sich überhaupt? Oder ist es ihm egal, dass ich hier ertrinke? Ich glaube, wenn Jesus in unserem Boot des Lebens ist, können wir sicher sein, dass wir auf die andere Seite kommen werden. Jetzt noch eine Geschichte, eine ähnliche Geschichte. Hat auch etwas mit Wind und Wellen zu tun. Du hast sie heute gelesen. Deshalb mache ich es ein bisschen kürzer. Aber ich will ein paar Sachen euch zeigen in diesem Text, wenn man schnell durchliest, man überspringt das. Das ist so in der Bibel. Wir lesen diese Texte hundertmal und dann auf einmal sehen wir, oh wow, das habe ich gar nicht gemerkt, dass das da steht. Und diese Geschichte fängt damit an, dass Jesus die Jünger schickte, zum Boot zu kommen und er hat ihn befohlen, ans andere Ufer zu fahren. Also ein Befehl von Jesus. Ich will, dass ihr jetzt auf das Boot einsteigt und auf die andere Seite fährt. Befehl kam von Jesus. Er ist nicht im Boot in dieser Geschichte, aber der Befehl ist von Jesus. Okay? Und ich glaube, dass wenn wir seinem Willen nachfolgen, werden wir auch zur anderen Seite kommen. So, jetzt ein Befehl Jesu. Die gehen jetzt aufs Schiff. Wellen, Kämpfen, Gegenwind, alles Mögliche des Schiffes in Gefahr. Jesus guckt zu und jetzt entscheidet er sich nach einiger Zeit auf diesen Wellen Richtung Schiff zu gehen, auf dem Wasser. Wundertäter Jesus. Als sie in die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es ist ein Gespenst. Ah! Und sie schrien vor Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und jetzt die Antwort? Komm. Ein Verb. Nicht eine lange Diskussion und das und jetzt und H2O und weiß was ich. Einfach nur komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser auf Jesus zu, doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Also, er fängt an ohne Angst, ja, was sowieso schon ein Wunder ist, einfach aus dem Boot raus zu steigen und dann hat er, seine Augen sind auf Jesus, keine Angst und dann guckt er nach unten und sieht die Wellen und dann sagt der Bibeltext, erst jetzt, als er die Wellen sah, bekam er es mit der Angst zu tun. Uh! Die sind ziemlich hoch. War jemand von euch mal in hohen Wellen? Ja? Ich war mal in sehr, sehr hohen Wellen, als ich ein Tauchunglück hatte wo ich auf der falschen Seite des Bootes rauskam und die, ähm, und ich, ich war, weiß nicht, 80 Meter entfernt vom Boot und ich dachte, die haben mich nicht gesehen und die Wellen waren sehr, sehr hoch. Ich war 18 und das war das, der nächste Moment meines Lebens, wo ich wirklich dachte, ich werde sterben und diese Wellen waren, ich weiß nicht, sechs Meter hoch. Das ist ziemlich hoch, wenn du ein kleiner Typ bist und so, sehr, sehr hohe Wellen. Gott sei Dank hat mich das Boot wieder gefunden mit irgendeinem GPS-Ding und deshalb bin ich noch immer hier, aber das war echt, das waren hohe Wellen. Also ich kenne hohe Wellen und Petrus schaut sich diese Wellen an und sagt, oh, jetzt habe ich Angst. Aber solange er auf Jesus geguckt hat, hat er ja keine Angst. Habt ihr das gemerkt im Text? Oder lese ich das in den Text hinein? Nee, es kommt schon aus dem Text. Wir wollen nichts reinlesen, wir wollen rauslesen. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort steckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest und sagte, du hast nicht viel Glauben. Mensch, das ist so unfair. Oder? Was ist denn mit diesen elf Losern hier im Boot? Keiner hat sich gewagt, nur ich. Ja, wieso sagst du denen da nicht, dass sie keinen Glauben haben? Ich habe mich wenigstens aufs Wasser gewagt, aber Jesus hat recht. Oder? Jesus hat immer recht. Du hast nicht viel Glauben. Wieso sagt er das zu Petrus? Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass er Jesu Befehl nachgefolgt hat und ihn angeschaut hat und etwas erfahren hat, das kein anderer Mensch gemacht hat. Hat irgendein anderer Mensch es geschafft, auf Wasser zu laufen? In der Geschichte der Menschheit? Irgendjemand? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es irgendjemanden, von dem wir noch nicht gehört haben. Aber ich glaube, Petrus ist so ziemlich der Einzige, der das geschafft hat. Und jetzt geht der Text weiter und Jesus sagt, warum hast du gezweifelt? Und schließlich, als sie zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Ich kenne jetzt Leute, die diesen Vers 50 Jahre gelesen haben und mir gesagt haben, das habe ich noch nie gemerkt. Hört mal zu. Als sie ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Habt ihr das gemerkt? Ich habe immer gedacht, als Jesus die Hand von Petrus angefasst hat, fest umklammert hat, dachte ich, okay cool, jetzt sind sie einfach zum Boot spazieren gegangen. Ganz einfach. Jetzt sind wir wieder zurück zum Boot gekommen. Aber habt ihr gemerkt, der Vers sagt, als sie ins Boot stiegen, legte sich der Sturm. Die ganze Zeit zurück zum Boot war inmitten des Sturms. Sehr interessant. weil Jesus hätte ganz easy sagen können, schweig, sei still, hör auf, sofort. Und dann hätten sie einfach auf so ganz glatten Wasser zum Boot kommen können. Aber nein, die laufen durch den Sturm zurück zum Boot. Und Petrus sinkt nicht. Was ist der Unterschied? Intimität? Intimität. Seine Hand ist fest umklammert von der Hand von Jesus. Und ich habe einige Erfahrungen gesammelt in 21 Jahren als Christ. Und eine davon ist, dass wirklich, wenn ich spüre, dass die durchbohrte Hand meines Heilands mich hält, kann ich durch die Stürme dieses Lebens gehen. Amen? Seid ihr eine Gemeinde, die Amen sagt? Okay. Das ist ein gutes Wort. Das ist ein griechisches Wort. Es ist in der Bibel. Es ist ein biblisches Wort. Das bedeutet, so ist es. Das glaube ich auch. Ich bin auch einverstanden mit dieser Wahrheit. Dann nimmt man das an wie ein Geburtstagsgeschenk. Aber wirklich, wenn deine Hand von der Hand von Jesus umklammert ist, festgehalten ist, dann schaffst du es wieder zurück zum Boot. Und dann mit dem Boot ans andere Ufer. Das ist ja das Ziel. Wir haben ja ein Ziel in diesem Leben, oder? Dieses Leben ist ja nicht alles. Es gibt ja noch irgendwas nach diesem Leben. Ich glaube, mit meinem ganzen Herzen, je näher wir bei Gott sind, desto weniger Angst können wir haben. Diese Intimität ist ein Geschenk Gottes. Und ich komme zum Schluss. Noch zwei Minuten. Gib mir noch zwei Minuten. Diese Intimität ist ein Geschenk jetzt. Und das ist das Coole. Und das nennt man in der Theologie, das ist eigentlich ein Fachausdruck, das schon jetzt, aber noch nicht Königreich Gottes. Schon jetzt, schon hier, aber noch nicht. So steht es in der theologischen Literatur. In Anführungsstrichen. Schon jetzt, aber noch nicht. Da sind wir. Wir sind im schon jetzt, aber noch nicht. Alle, alle, die hier sind. Wir haben schon was, aber noch nicht. Und genau diese zwei Dimensionen will ich euch noch vorstellen und dann machen wir Schluss. Dieses schon jetzt ist der Heilige Geist, der in euch lebt. Die Intimität, die Gott uns geschenkt hat, ist, ist, dass er selbst in uns leben will. Das ist zum Beispiel ein Ort, wo man Halleluja schreien sollte. Habt ihr, ist das, also für mich ist das wirklich so eine Explosion im Kopf. Ich kann das einfach, es ist so, ich habe 50 Jahre lang andere Religionen studiert. Ja, ich kenne andere Religionen fast besser als die Bibel. Ja, ich habe zehn Jahre im Islam tief drin in der Moschee gesessen, Tausende von Stunden. Ich verstehe ein paar Sachen über andere Religionen. Ich kann euch sagen, dieser Satz, den ich gerade gesprochen habe, gibt es nur im Christentum. Punkt. Gott hat uns ein Geschenk gegeben, dass er in uns leben will. Nicht kann, sondern will. Und das tut er auch durch den Heiligen Geist. Jeder, der hier neu ist, also ein neuer Mensch geworden ist, das ist auch unglaublich schön im Christentum, dass wir das Versprechen haben, neu werden zu können. Neu. Ganz neu. Nicht besser. Christentum ist kein Verbesserungsprozess. Das ist, was die Welt anbietet. Spring höher. Mach weiter. Verdien mehr. Verbessere dich hier und da. Das Christentum sagt, nein, sterbe. Du musst sterben. Was ist denn das für eine gute Nachricht? Herzlich willkommen. Kommt rein, setzt euch. So, jetzt sterben. Damit man neu wird, ja. Und dann sowieso später, viele Sachen müssen auch weiterhin sterben. Das geht dann langsam durch die Heiligung. Aber ich will nur sagen, das ist so unglaublich schön, dass Gott in uns leben will und das ist diese Intimität, die er uns anbietet. doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, damit man versteht, wovon es hier geht. Jesus muss sehr ganz explizit sein. Wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich habe euch ein Geschenk gegeben, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. In meiner Bibel in Rot. Ich liebe die Worte Jesu in Rot. Nichts gegen nicht rote Bibeln, aber meine rote Bibel ist sehr schön, weil ich sehe die Worte hier. Aha, Rot, Jesus hat es gesagt und dann beendet er diesen Vers mit, ihr seid in mir und ich bin in euch. Ein Ausdruck von unglaublicher Intimität. Also das ist das Hier und Jetzt, das Schon Jetzt. Und jetzt kommt etwas, das im westlichen Christentum sehr, sehr unterbelichtet ist. Das ist das Noch Nicht. Das Noch Nicht war vor 100 Jahren das Haupttätigthema. Überall, wo es Erweckung gab. Das, was noch kommt. Das Leben nach dem Tod war Jahrtausende eines der wichtigsten Themen. Wir reden davon fast kaum. Was uns noch erwartet nach dem Tod? Auf was geht dieses ganze Ding hin? Was ist das Ziel? Jesus wird zurückkommen. Hoffentlich glaubt ihr das. Also er wird zurückkommen. Er wird uns zu ihm nehmen. Ja, das ist das Ziel. Und Christen haben Jahrtausende dieses Ziel, dieses Danach, das Leben danach betont. Und wir tun das nicht mehr im Westen. Wieso? Erstens, weil wir super lange leben. Zweitens, weil wir super viel haben. Und weil das Leben einfach super gut ist. Aber wenn du mit 40 stirbst und jeder hat einen Krieg, wenigstens einen Krieg, ein paar Seuchen erlebt, dann willst du auch aus diesem Leben so schnell wie möglich raus. Und dieses Versprechen annehmen, das Jesus uns gibt. Ich lese euch vor, was er gesagt hat. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Wieder in Rot. Glaubt an Gott, glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Glauben wir das? Glaubt ihr das? Dass Jesus da Sachen für uns vorbereitet? Jetzt, jetzt. Wir sitzen hier und Jesus ist am Vorbereiten. Also ich glaube das. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr sein, wo ich bin. Das ist das Ziel. Ich komme. Und er fängt das Ganze an mit habt keine Angst, weil diese Sachen werden passieren und dann komme ich und hole euch, damit ihr bei mir sein könnt. Das ist ein Versprechen, das noch nicht erfüllt wurde. Aber das Versprechen, das schon erfüllt ist, ist Gott lebt in euch. Ich komme zum Schluss, so wie du es hier aufgeschrieben hast. Ich glaube, dass es biblisch vertretbar ist, zu sagen, je näher wir sind bei Gott, desto weniger Angst können wir haben. Je näher bei Gott, desto weniger Angst. Und auch wenn die Stürme des Lebens toben und es sich so anfühlt, als ob wir sinken, als ob wir ertrinken, als ob alles immer nur schlimmer wird und noch mehr gute Gründe es gibt, ängstlich zu sein und so weiter. Ich glaube, ich ermutige uns alle, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus im Boot ist, dass wir Intimität haben können mit ihm, dass wir die suchen sollen, müssen, weil wir abhängig davon sind, so nah wie möglich an Gott zu sein, Gott zu verstehen, wer dieser Gott überhaupt ist. und ich glaube, in dieser aktiven, intentionalen Suche nach Intimität zu Gott, ich glaube, das ist ein Zufluchtsort, der uns helfen wird, in diesen Tagen, die noch bevorstehen und auch schon da sind, teilweise. Deshalb habt keine Angst, denn ich bin in euch und ihr seid in mir. Und ich ende mit dem letzten Vers, den ich euch vorlesen will, auch von Jesus, Kapitel 16, Johannes Vers 33, weil er bringt es so gut auf den Punkt. Hört zu. Ich habe euch das alles gesagt. Wieso? Damit ihr in mir Frieden habt. Sucht keinen Frieden hier draußen. Ihr werdet ihn nicht finden. Jesus sagt, die Location, der Ort des Friedens ist wo? Weil ihr in mir Frieden habt. Intimität in mir. Du musst in Jesus sein, um diesen Frieden zu erfahren. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, deine Ermutigung für uns alle heute Morgen. Und ich bete wirklich, dass meine Geschwister sich das zu Herzen nehmen und in diesen Tagen, die wir noch bevorstehen, wirklich deine Gegenwart suchen und sich daran erinnern, dass nur in dir können wir Frieden erfahren. In dieser Welt erwartet uns viel Schweders, aber in dir haben wir Frieden, haben wir Zuversicht, Sicherheit, Geborgenheit und auch Mut in schwierigen Zeiten. Sehne jeden Einzelnen und erfülle uns mit deinem Geist. Im Namen Jesu. Amen. Amen.